Der Olympiapremiere, 8. Platz, Diplom und Solja Eistin, bist du zufrieden? Ja, danke vielmals. Ich bin sehr zufrieden. Man darf sich nicht tischen lassen, weil ich zuerst zuvorderst war. Ich konnte mein Tempo durchfahren und bin zufrieden am Schluss um die Ziellinie zu fahren. Du warst fast mehr runter, warst an der Spitze, warst du fast ein anderer Auftrag gewesen? Ja, so plant war es definitiv nicht so. Ich hatte einfach einen guten Start. Und dank dem, dass ich eine andere Linie hatte, konnte ich die anderen ein bisschen distanzieren. Und dann bin ich einfach mein Rennen gefahren. Was ist dann in der zweiten Hälfte passiert? Ja, die anderen haben einfach geöffnet und ich bin nicht so gut gewesen heute. Die anderen waren stärker gewesen. Habt es dich wohl von den Ehrenplatz über Hause? Ja, das auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden. War es dann schwer, als du dann überholt worden bist und zurückgefallen bist? Mental dabei zu bleiben? Ja, es ist immer schwierig, dann noch im Rennen zu bleiben. Aber ich wollte einfach mein Bestes geben von vornherein und versuchte mich nicht zu sehr beeinflussen lassen vom Tempo der anderen. Es hat fast so ausgesehen, als ob es eine Team-Taktik wäre am Anfang, aber es war nicht so. Nein, definitiv nicht. Es ist einfach, ich habe gerade so gekriegt. Okay. Was machst du jetzt da rein? Ja, nur geniessen und an die Schlussfire und sicher das Rennen von den Herrenmooren schauen. Ich bin ein bisschen heiser. Danke, Linda. Glückwunsch.